ich habe jetzt auch ein schwarzes hemmen und keine cap mehr auf ja bist du lecker das kann jetzt interessant wenn wieder mit pistolen wir haben autos er schwarf die autobahn unter alter der messer doch schon längst da und so ich darf ein poland oder machte da irgendein trick na oder oder schaut auf den seiten der und macht ja okay dann mache ich das heute wird schon mal gewechselt das auto aber meiner seite gab ja als kunde wieder bei mir kommt da er kommt mit deinen seiten meiner kommt auf deiner seite ja dafür da kommt mir dafür von denn der umana ach so de kinder ja nicht roten respawner Oh Gott! Was? Nix! Was haben wir denn hier? Wer engineert mit einem Raketenwerfer auf uns schießt? Nein, geht gar nicht. Ich wollte die Kanten nachsteigen, aber die haben keine eigene Waffe, glaube ich. Ja, nicht. Nein. Ja, vielleicht ein Baseballschläger. Was machen denn, ey? Was machen denn, ey? Jetzt komm da. Nee. Nice! Sauber! Ich hab's Level Sand, ey. Okay, 22 ist ja noch. Achtung! Oh, da waren die Raketenwerfer geil geworden. Oh, ja. Also, V-Stil um da ja drauf, ey. Hallo. Oh, jetzt komm da wieder! Auto nicht gewechselt. Genau, laden wir hin. Da ist ja auch schon Panzerung drin, oder? Ich hab ihn auch schon ein paar Mal gehittet, aber... Der will die Panzerung auch haben, ja. Ah, sieben Minuten nachher. Hallo. Ah, der kommt wieder! Oh, Gott. Nice. Wir kommt. Oh, ja. Da unten ist unser... Da unten haben wir ne Autos da, oder? Na. Halt, ja. Willst du da einen Reifen... Platz in Lauer für ihm, oder so? Ja, aber er ist so schnell, ich hätte zu sein, dass er ihm gleich so um ihn dreht, oder? Ich weiß nicht. Aber normal ist doch trainiert, oder? Ja, eben. Darum sei ja. Ah, nice. Alles Glück, ja. Cool. Oder altes Pech, ja. Wie auch immer. Okay. Geil abgegangen. What? Das ist echt geil, was? Boah, es hat kaum noch gezielt ihn mir da. Ah, neues Auto wieder. Na, wieder viel zu schnell. Oh, die Sache ist halt... Wir können jetzt bloß das Auto kaputt machen. Na, eher in Köln, schau doch mal, eher in Köln. Ja. Ich fange halt immer aufs Führerhaushalt. Ja. Oder auf dem Fahrersitz bist du gesagt. Was ist bei dir los? Nächst. Nächst, okay. Mit dir werden jetzt so schnell drauf wartet, hey. Nein. Wir haben geschaden, glaube ich, auch gemacht. Wir sind unter unseren Autos. Das ist bloß die Frage, wer für Runden der da eingestellt hat. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht zu viel. Oh man, einmal gehittert. Super. Ja, ich habe gerade einmal, glaube ich. Ich habe es auch einmal in Rot. Aber stimmt, zuerst auf die Reifen, gell? Da hat Rolli verliert ein bisschen. Ah, okay. Okay. Wo ist der hier? Ach, da? Oh Gott. Ja. Er ist so knapp hier. Aber Pfarrer, egal. Mann, fast. Ich habe nachladen, mein. Ich habe nachladen, mein. Scheißen, Dreck. Jetzt füllt er sich wieder mit Leben auf. Er ist so ein Leben. Na, wenn es der Wurst, dann füllt sich ja der Bolken wieder auf. Jetzt wieder, hol mich, Fuhler. Moooo, komm. Da hupt er nur. Hehehe. Ah, jetzt kommt er wieder. Okay, der Reifen ist kaputt. Hehehe, geil. Na. Oh, das ist. Das ist das. Ja. Yes. Ja. Ja, das ist das. gott sei da so besser machen jetzt ich glaube ich wirklich kontrolle auf jeden fall ich glaube ich denke ja 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 aber bei den vorstigen da wusste gehabt haben wir schauen mal bekannt natürlich mehr oben ist auch scheiße erst zum steigen weiter ja die vordersten dem brauchst du fast ist mega geil ja und oben hat doch fast dafür sollten wir dich wechsel gleich mal die seite die seite okay fast und hier haben wir bloß ein roben sauber oder fast 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 und ohne sauber okay ja schade als wir gleich ein vorderwerb aber wechseln also ohne gekippt wird dann bin ich selber untergefallen leider ich mal wechseln wir kommen wieder um so war bist du Nein, ich hoffe, da kann ich nicht. Alter, da hat's ja ziemlich viel aus, ey. Was ist denn? Ich bin oben gesessen, die haben ein paar Leute, die haben mich da nicht getroffen. Blol, da bin ich jetzt auch. Was ist denn das für ein Punkt da, oder? Ich weiß nicht, das haben wir vorhin auch schon gesehen. Oh Gott, ich bin ja viel zu schnell mit dem Titel. Oh, da bin ich da! Das steht von mir gerade, sorry. Jetzt kommt wieder das, ob ich immer zu langsam. Bei meiner Eke! Wo bist denn du? Da unten immer. Ach so, oh Gott, das ist dumm. Sorry, aber. Ja, ich bin ja mittig und dick fallen, aber ich hab da nichts. Ich konnte den Händen, hab da nichts machen können. Kommt da vorbei? Ja, kommt da vorbei. Äh, T20, da kann man so leicht eingeschreißen, all. Da darf ich mal überwechseln. Ja. Würdest du bitte rennen? Danke. Also bei mir? Guck mal, wird ziemlich schlecht, all die Scheißen, wenn ich sagen. Ja, das Auto hab ich jetzt da. Wo ein T20, da hast du so eine große Scheibe vorne drinnen. Oh, fast mit dem Arsch, wie ich gesagt. Oh, die hat mir einen Reifen geschossen, hey. Der ist es ja einer, hey. So, ein paar Arsch. Aber echt, hey. Gott sei Dank kommen wir da genügend Autos. Das wird deswegen wahrscheinlich... Nein, das wird genau bleiben. Oh, nein! Oh, komm, 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 komm. Bist du Oma? Ja, und er ist down. Pff, ich hoffe nur, ich hoffe nur, dass es irgendwann aufgelatscht ist. Sauber. Ich muss zwei Mal drinnen. Oh, Alter, hältst du da viel aus, hey. Sauber. Entweder hab ich dich nicht getroffen, oder ich hab ziemlich viel ausgehalten, ich weiß nicht. Da haben wir schon zwei Runden gewonnen, hey. Nice, Mann, hey. Jetzt gewinnen wir die dritte auch noch. Oh, mal. Wenn es noch eine gibt. Jawohl. Oh, wir sind wieder oben. Oh, wir stehen jetzt nicht an der Kante. Das ist echt übel, hey. Also, ja, als S-Drucker, soll. Ey, bloß auf, sonst mache ich es wirklich. Ach. Boah. Willst du bitte? Okay, beide von der gleichen Seite noch. Ja. Verfolgst du den? Ich bleib beim neuen. Okay. Bist du eigentlich da jetzt wieder Affe gekommen, weil du unten auf der Autobahn wirst? Äh, bist bei der Linkssumme. Oh, der hat bloß noch ein Viertel live. Äh, der bei mir auch bloß noch Hallme. Aber der ist auch nicht das erste Mal unten da. Ach so, da kannst du wieder Affe fahren, okay. Ich verstehe. So, ich weiß nicht, der hat sich gefahren. So. Wenigstens brauchst du da keine Angst um dich selbst in die Luft zu fliegen. Haha. Triff mir eigentlich Angst, dass ich unterrutsche. Oh, ja. Aber ich mache schon seitwärts Rolli und so, dann fällt dir nichts. Ab und zu Rolli. Jetzt kommt er wieder. Hey, hab ich da nicht. Cool. Wir haben sie 20. Der hat jetzt einfach nur Viertel live. Hallo. Hehehe. Der purzelt da wieder mit einer Monona. Oh nein, ein golden Auto. Oh nein, ein golden Auto. So ein Tipp. Ja, aber nachladen wieder. Ätzer, ätzer ist einkesselt. Da unten kommt er wieder. Ja, wechselt da Auto. Reload. Aber man, ich konnte Connor geben. Ich konnte den an ergeben hier. Neu. Er kommt hier noch mal der moderne, der Toste, ziel und der Toste. okay was jetzt hat er was danke für die rolle es ist gesagt dass ich glaube wir werden schon besser mit einem schausten ja klar ich bin eigentlich scharf schütze also ich bin der haupt so es hat schon bei der folge bei der kuruma müssen dann gebe ich gerne hätte also das ist schon ziemlich oft aber da ist jetzt blöd da kommen wir da ja wahrscheinlich noch auch gleich ist es nein ich habe noch gelaufen damit 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 wieder der kitchen kommt er wieder er ist da war fast rückwärtsuntergeräte hättest du weil ich dann habe die rückwärtsgeräte ja wieso denn er war die abhabe über dem jetzt hätte er schon denkt ich habe mir jetzt nur abgeknallt aber links war bloß Pistole gestanden ja das kann man doch quina oder ja hoffentlich ja ich habe mich nur zielen und mit rollen ja ich habe eigentlich einmal da auch anvisiert da kommt der abgebot jetzt kommt wieder Kessel? Nein, noch laden! Ach damit! Wie fahrt er denn? Holt er sein Auto? Nein, fahrt er auch noch Stummi So, noch laden, ok Ja, genau, ok Ja genau, liegt er am Tuch oder was? Jetzt hat er nicht mehr Zeig das, jetzt war irgendwo Skull, der Granat hat sich, ich weiß nicht mehr Jetzt kommt er wieder Haben wir den schon wieder erwischt oder was? Ja LOL, nice Geil Wollte wieder Auto wechseln Ja Sag das, so kann ich nicht fahren Ja Ob echt, ja Let's roll again Da 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 Ah, ok Yes Fast, fast 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 Ich habe noch eine Art Zwommel erwischt, ja Ja, wo fahrt denn der immer noch einer? Ja Ach, wieder drauf, ach komm Was kommt der da jetzt dafür? Na oder? Nee Ist jetzt unten drunter da? Ja Achso, ok Der Sapri, die hätte ja vor der Oberrunden hin Fahr mal her Ja, ich habe... Ja, ich habe... Hahaha Das müsstest machen, wenn er über dich drüber fahrt Oh ja In der, in der Blitzplay oder so Oder oder, am besten wie der der Blitzplay ist Rani, muss ich rein jetzt unten Ah, ich komm wieder Alles klar Nein, mach mir nicht Ah, der soll sich mal wieder zeigen, hey Herr Pazi, der Ist ja wurscht, solange wir nicht sterben Tysack geht Ja, schon Oh, jetzt kommt er Alles klar Toll Also das wird jetzt eine Fahrerleistung, ganz klar Ja, da haben wir noch keinen Reifen zerschossen Ich werde sie vielleicht schon wieder, aber Was macht denn der Image? Der war zu geil, der bin jetzt auf unsere coole Seite Keine Ahnung, was mit dem Schiffkopf ist Ja Ah, da kommt er wieder Oh, Mitte Gorniert Der, der probiert's ja gehorn jetzt Der probiert's jetzt Auto nach, Auto saß wahrscheinlich Keine Ahnung Damage Ah, ich glaub ich hab wieder zwei Reifen erwischt Ah, ich glaub ich hab wieder zwei Reifen erwischt Bald hat er keine Autos mehr, hey Ja Oh, oh, jetzt komm die direkt auf mich Nice Ah, ich glaub nicht eigentlich für echt schade Aber viertel Leben noch, hey Damn it Ich hab schon mal Das war's ja Ich hab schon mal Ich hab schon mal Ich hab schon mal Oh, Gott Was macht denn einen rennern war das auto jetzt explodiert als kunde oder wickel ja das ist das letzte match hoffe ich ja mal aber letzte runde ja weil wir jetzt schon wieder zwei reifen erschossen haben wahrscheinlich also das match war eigentlich jetzt ausgleichen gewinnt zwei gegen zwei ja so kompetenz haben das so weggesackt jetzt bleibt da bloß noch stehe hoffentlich kommt jetzt keine runde mehr weil da dritte ist auch so ja schaut aber so aus oder sonst hat man doch die gesamtdinger gesehen ja hätten wir da nur bewerten kinder aha ja den runden fing man und die oder also schnell und der und um ist es netz hat man eigentlich drei spiele kona kompetenz weil uns dann beim anderen wieder wetten was kompetenz auf einem anderen spiel oder was ja auch gott so nicht ja man kann immer so schlecht eigentlich ja tempo aber aber warte mal wir sollten beide gleichzeitig auf der seite wird schwieriger was so wichtig mich ist er auf mich überhaupt nicht überladet als er schützt auf und zweit hallo la auch schade aber dann wusste 20 los auch du auch was normales passt eigentlich nur der mann gleichen fehler nicht bei der machen dass man dann hinten zu eingefärcht ist ja der aufpassen beide gott schon fast kopf ach wie das schnell auch nicht angekehrt bitte nicht okay aber von oben von der platten also schütze klar wir konnten ist ja schon kurz da auch wenn da kurz vor der hat er ist man ist da vorne vor der weg ich möchte einfach personen ja wieder schnell hallo ja mir hat er zum glück nicht drauf erfahrung auszeichnung luftikus artikel zu schnell ich habe drei platten oder das alte schwede drei goldene platten im regal mit dem heck war die um hatte war mit der autobeschmahle doch bloß das ist ja schon alle weg oder was sagt dass die 20 da habe ich mir nicht die 20 Ich bin von einer Sprungschanz auf hier und bei der anderen wieder unten. Nice. Geil. Hat zwar überhaupt nichts gebracht, aber voll geil. Yes. Hab ich den erwischt? Ja. Man. Yes. Im Flug. Geil. Geil. Echt? Ja. Geil. Mit dem Heck oben unten gekaut. 23.000 für eine halbe Stunde. 3500 ist lobenswert, das ist okay. Oh. Der war jetzt geil. Als man dachte, da kommt der Stinkefinger. Oh, Wichser. Geil. Aber richtig geil. Ja, Sniper war da noch geiler. Aber schade, dass der andere gegangen ist. Ja, schon. Das Handwerk, wenn vor allem wieder nur einer. Drei Kult, drei Tote. Also, du hast da dreimal einen anderen geholt, oder was so ungefähr? Ja, stimmt. Ja. 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 Ja.